Ein aktives Leben zu führen ist für mich in erster Linie ein Luxus. Ich darf über die Zeit verfügen, ich darf darüber verfügen, was ich tun will. Es ist einfach eine Lebensqualität. Ich bin im Morgen rausgegangen und es ist alles noch so halbdunkel und die ersten Bergspitzen kamen schon ein ohrasches Licht über der Sonne. Und wenn ich nachher da bin und ich weiß, ich habe die erste Spur hier hinzu und die ist ich am Rücken und mit Harfen, also ein grösseres Grinsen auf meinem Gesicht. Das ist fast unmöglich. Ich glaube es ist einer der grössten Qualitäten, die wir haben, eine Tour zu haben, die intakt ist. Andermatt ist für mich Sommer wie Winter ein riesen Spielplatz. Also hier kann man sich sportlich betätigen. Und wenn man nur ein wenig aktiv ist und ein wenig die Natur schätzt, dann hat man die Augen dafür, dass wir hier im absoluten Paradies leben. Wir haben ein wenig aktiv. Wir haben die Zeit, die wir haben. Ich bin ein wenig aktiv. Wir haben die ganze Zeit im Alltag, die wir haben. Wir haben die Zeit, die wir haben uns ab und wir haben uns ab und wir haben uns ab. dann bin ich glücklich.